Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Ja, bei mir switcht das immer dann auf diese Karte, Leute, das ist nicht da dran, weil auf dem Knopf, wo ich meine Videos stoppe und starte, ist der Knopf gelegt worden. Okay. Also, ja, macht ja nichts. Gehört halt dazu. Oh, Kettenreaktion beginnt bei mir bereits. Die ersten Hochhäuser werden hochgezogen. Oh, ja, jetzt seht ihr hier, hat sich auf Mittelstand hochgezogen und dadurch kriegt das Gewerbegebiet Mittel jetzt auch wieder Arbeitsplätze. So, also die offenen Stellen gehen in dem Sinne weg. Jetzt können wir nochmal gucken im Mittelstand. Wir haben jetzt wieder, seht ihr, in den unteren Bereich 101 offene Stellen. Vorhin hatten wir Arbeitslose. Viele hätten jetzt gleich gebaut. Nee, 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 nee. So, im Mittelstand haben wir immer noch 198 offene Stellen und im Luxusbereich 123, aber darum kümmern wir uns noch gar nicht. So. Genau. Was wir noch nicht so ganz verstanden haben, und da sind wir auch ganz ehrlich, ist das mit den Steuern. Das haben wir noch nicht so ganz verstanden. Ne, das ist wirklich noch eine kleine Nummer, zu kompliziert anscheinend. Wenn die Leute sich beschweren, am Rathaus, dass der Grundstückpreis zu niedrig ist, das liegt dann da dran, dass ihr zu wenig Luxushotels habt. Das habe ich mir nämlich jetzt durchgelesen, das wollte ich dir vorhin noch erzählen. Ach so, okay. Das liegt nicht da dran, dass wir dann die Steuern zu niedrig haben, sondern dass die Grundstücke zu billig sind. Und die Grundstückpreis ist ja die Unterklasse, Mittelklasse, Oberklasse. Ah, okay, dann wollen sie also Mittlerklasse mehr. Genau, mehr Mittelklasse oder Oberklasse, also Luxusklasse in dem Sinne. Das habe ich mir vorhin noch mal durchgelesen. Schon wieder was dazu gelernt. Genau. So, wir hatten jetzt letztes Mal 350 Sims drinne und 550 haben wir ausgebaut. Sollte noch gut gehen in der Schule. Jetzt müssen wir noch mal wegen Wasser gucken. Unser Wasser liegt bei genau 0. Wir haben jetzt 20.000. Die... Soll ich dir eine Riesenechse rüberschicken? Nein. Banalo? Nein. Könnt ihr auch noch einen Erdbeben anbieten, wenn du möchtest. Nein, wir kriegen noch genug so eine Scheiße. So Leute, und jetzt gehe ich nämlich bei und werde, weil man sieht, mein Strom ist bei minus 1,1. Ich werde jetzt das abreißen. Und werde ein fettes Kohlekraftwerk. Oder baue ich... Nee, Kohlekraftwerk. Und baue ein Kohlekraftwerk. Robums. Da müssen sie natürlich jetzt ganz kurz Leute einstellen. Aber das verkraften wir schon. So. Ah. Und wir müssen für die Kohle... Kohlelieferung anmachen. So. Jetzt können wir ganz kurz auf die Stromzeichen gehen. Jetzt stellen sie hier zwar schon die Teile ab. Da ist jetzt die Stromversorgung angegangen. Wir machen 63,5 plus. Und da muss erstmal eine Solaranlage rankommen. Oder auch Dinge. Solaranlage ist noch schlimmer, Leute. Tagsüber habt ihr volle Pulle mit Sonne. Und nachts nur Batterie. Und dadurch hat man auch wieder Stromverlust. Also etwas nervig. So. Wann läuft jetzt der Strom hier in die Stadt? Das dauert einen Augenblick. Das wissen wir ja. So. Klack, klack, klack. Da hört man es. Jetzt geht der Strom wieder an. Das verkraften die Bürger für den kurzen Augenblick. Klack, klack. Finde ich cool, das Geräusch. Läuft auf jeden Fall. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, bis der Strom wieder da ist. Ja, ich muss wie gesagt noch ein bisschen hier ransparen und zugucken, wie die Häuser ausgebaut werden. So. Da fehlt uns nur noch in einem Haus Strom. Und dann seht ihr... Ja, das ist super. Was? Hier ist einer fröhlich und da hast du ja die kleinen Sprechbläschen da drüber. Ja. Da hat einer gesagt, was wenn wir alle nur kleine simulierte Männchen wären, die über den Computerbildschirm laufen. Ach, wo denke ich hin? Oh, wie geil. Oh, wie gut gemacht, ey. Das ist auch so gut hingegangen. Also wir können auch zur Zeit nur eins kritisieren und das ist wirklich das mit den Servern am Anfang. Sonst geht eigentlich alles und dass ein bisschen wenig Wasser unter der Erde ist. Ja, aber das soll ja, wie gesagt, dass die arbeiten immer noch teilweise 24 Stunden am Tag da dran. Genau. Um wirklich allen das gerecht zu werden. Und wie gesagt, äh, Server kommen nach und nach immer mehr. Eins muss ich noch sagen, es kriegt jeder eine Entscheidung. Habt ihr euch das Spiel schon gekauft und ihr habt euch auch aufgeregt, haben wir uns auch, sind wir ganz ehrlich. Ja. Dann kriegt ihr am 13. März ein Spiel, äh, kriegt ihr per E-Mail, also mit was ihr bei euch bei euren Menschen angemeldet habt, ähm, bekommt ihr eine E-Mail und da kriegt ihr dann euer Gratisspiel. Also es kriegt jeder ein Gratisspiel von IA. Was genau es gibt, wissen wir selber nicht, aber es gibt halt ein Gratisspiel. Denkt jetzt nicht, boah, wir kriegen Quises oder was weiß ich umsonst oder irgendwas anderes. Leute, sowas wird es nicht geben. Es wird irgend so ein kleines, süßes Spielchen geben. Ja, müssen auch mal abwarten und gucken. Zu wenig Platz für die Dichte. Erhöhe die Dichte. Ja, der Park stört hier. Der Grillplatz, ja, dann reißen wir noch hier mal den Grillplatz ab. Ne, den riesen Park reißen wir mal ab. So. Wenn ihr mehr Dichte haben wollt, kriegt ihr die. Dann kann ich das jetzt nicht bauen. So. Ich hoffe, eure Dichte reicht. Jetzt. Ja, die wird jetzt, die kommen dann gleich jetzt auf. Die bauen jetzt aus und danach wird dann abgedatet. So, wo haben wir noch hier so kleine Scheißhäuser? Hier hätten wir noch so kleine Scheißhäuser. Die sind aber gleich dran. Die noch lange nicht. Wir brauchen mehr Dichte. Erhöhe die Dichte. Okay, was habt ihr hier? Straße bauen, Straße bauen, hippie, ja, ja. Wir brauchen dringend Geld. Wir mögen die neuen Gebäude der Stadt. Wir brauchen dringend Geld. Das mit dem dringenden Geld haben wir noch nicht so ganz verstanden, Leute. Weil wenn es keine Arbeitslosen gibt, haben ja eigentlich alle Arbeit. Also. Ja, eigentlich, glaube ich, wie gesagt, den Sinn haben wir noch nicht so ganz verstanden, woran das liegt. Aber es kann ja auch irgendwo noch ein Bug sein oder halt sowas. Das können wir ja halt auch nicht riechen. Aber um denen hier vorne mal ein bisschen zu helfen, kriegen die hier mal... Da oben können wir sowas hier hinsetzen. Aber da kriegen die hier mal so eine... Park. Kriegen sie hier noch so eine... So ein... So ein... Kleines Wasserdingen hier. Mal kommen. So. Und damit sollte man die dann auch... Oh, der ist ganz schön groß. Wollen wir hier noch so ein Ding hin? Da. So. Weil ich will die das jetzt hier ein bisschen beschleunigen. Guck mal, wir sind jetzt bei 10.400 Einwohner. Ja, jetzt. Ja, guck mal. Und vorhin, hatte ich gesagt, waren wir bei 8.2. Und wir haben keine Häuser gebaut, Leute. Da wird der nächste abgedatet. Nur mal so als Beispiel. Was ich damit sagen will. Einfach abwarten und einen Tee trinken. So, wir haben natürlich jetzt erstmal Kohle ohne Ende. Unser Abwasser spackt hier rum. Und da... Ich weiß noch nicht mehr, wo wir das Abwasser hingeklatscht hatten. Wir hatten das hier hingeklatscht. Gut, dann hauen wir das hier die nächste Pumpe hin. Bis wir diese Recycling-Kacker da bauen können. Was ist mit der Schule? Ist die schon wieder voll? 550 voll. Leckt mich am Arsch, Andi. Wahnsinn. Ja. Drei Etagen ging ja bei der Schule nicht. So, und jetzt habe ich nämlich hier Scheiße gebaut bei der Schule. Ich kriege hier kein... Diese Schule nicht voll gebaut. Weil wir das am Anfang nicht wussten, dass man da so viel Platz lassen muss. Jetzt können wir uns überlegen, Leute, wie wir das machen. Reißen wir hier die Straße ab, verschwindet das Haus. Das ist dumm gerade. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, das dann genau einzuschätzen. Und wie gesagt, da muss man teilweise echt richtig gut überlegen, wie ich baue. Weil später kann alles wieder über den Haufen geworfen werden. Gut, wenn man später mehr verdient, reichlich, dann ist es ja wieder in Ordnung. Weil man das dann wieder reinholen kann. Du kannst mal eben so ein Gebäude... Abreißen. Abreißen und für 20.000 Neues kaufen. Das ist dann nicht das Problem. Aber jetzt am Anfang kann es wirklich gefährlich werden. Ja, wenn ich das jetzt hier abreiße, dann fällt das da weg, Leute. Und dann haben wir ein Einkaufsgeschäft weniger. Aber dann kackt die Küche gerade ein drauf. Nee, das geht eh. Ach, jetzt haben wir das Gebäude abgerissen. Die Straße kann ich nach da oben hin doch abreißen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ah, nein. Die Feuerwehr bimmelt. Mal gucken, ob wir jetzt bauen können. Ja. Jetzt können wir es da hinsetzen. Und dann hauen wir da gleich noch die zweite Etage drauf. Und jetzt ist es voll die Schule. Jetzt kann man nämlich in die Schule 950... ähm... Kinder unterbekommen. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt müssen wir hier so schräg bauen. Ähm, machen wir auch. Haben wir halt so eine kleine, schöne Kurve da drin. Die ist ja auch nicht so wild. So. Ja, ich sehe, bei mir habe ich jetzt zum Beispiel auch Bildungs-, Ausbildungskarte gesehen. Und ich sehe, nicht ein, einer meiner Bewohner ist ohne Schule. Sind alle angemeldet. Wie warst du, bist du da jetzt nochmal hingekommen? Wie war das nochmal? Äh, du klickst unten auf Bildung. Ja. Wo du die Schule bauen kannst. Und dann rechts hast du einmal Technologiekarte. Und Ausbildungskarte. Und die Ausbildungskarte. Und wenn da was lila ist, dann sind sie nicht angemeldet. Oh. Das heißt, bei denen kann die Kriminalität steigen. Oh. Da haben wir ganz schön viele von. Aber vielleicht geht das ja jetzt runter. Da ich ja gerade die Schule größer gemacht habe. Von 550 auf 950. Ja, guck. Das könnte dann ja vielleicht aufgehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, ihr könnt auch am Anfang ruhig mit den Krediten arbeiten. Das hat Andi wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Ich hab das auch schon gemacht, ja. Genau. Also da... Wird leider kein Weg dran vorbei. Also das ist nicht das Ding. Wollt ihr am Anfang gleich richtig spielen? Baut Autobahn. Ist kein Scheiß. So. Was will unser Busbahnhof? Wir müssen Passagiere abweisen, weil wir nicht viel transportieren können. Können sie eine weitere Garage bauen? Na, Logo, Schätzchen. Kriegst du doch. Kriegst du. Kriegst du. Bitteschön. Hast du deine Garage. So. Alles super, Ingo. Alles senkrecht. Hier bauen sie sich nicht aus. Wir brauchen mehr Geld. Aber sie kommen irgendwann, werden die schon. Grillplatz haben wir da noch gebaut. Der Grillplatz stört da mal gewaltig. Der muss weg. Ja. Aus dem Grund, weil sich hier noch welche Bauern ausbauen könnten dann. 11.225 Einwohner. Das geht. Wir haben irgendwo ein verlassenes Gebäude. Jawohl. Gewerbegebiet. Das hat sich nämlich auf Luxus ausgebaut, Leute. Und Luxus führe ich gar nicht. Aber das muss das Gewerbegebiet selbst für sich entscheiden, ob das ausgebaut wird oder nicht. Wenn sie es machen, werden sie es bereuen. Ja, aber ist doch so, Andi. Wenn die ausbauen, ich reagiere da drauf nicht. Wenn wir der Meinung sind, wir gehen bei und gehen auf Luxus, dann gehe ich auf Luxus. Aber nicht, wann das Spiel das meint. Genau. Jetzt bauen wir hier mal wieder die Straße ein bisschen aus. Und schon bauen die mittleren Häuser sich aus. Was so... Ja, ist bei mir genauso der Fall wieder. Ich bin gerade rausgegangen und habe bei mir die Siedler nachgeguckt. Ich habe gesehen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe 432 Arbeitslose. Oh. Ja, dachte ich mir, scheiße, was machst du jetzt? Und ich habe alle nach mehr Industrie geschrien und ich habe keine Jobs. Und hier und da... Ja, jetzt sehe ich, dass die ersten Gebäude gleich auf mittlere Dichte ausbauen. Ja. Also hat sich das für mich wieder erledigt. Genau. Gibt mehr Arbeitsplätze, mehr Geld, alles gut. Das ist so... Einfach noch ein bisschen warten wieder. Das ist so wie hier bei uns. Zwingen Platz erhöhe Dichte. Ja, er kann sich hier nicht ausbauen, weil wir einfach keine Dichte haben. Aber dieses Problem werden wir jetzt mal... Ne, das werden wir jetzt nicht beseitigen. Das werden wir einfach mal so lassen. Man sieht das zum Beispiel hier. Die werden sich bald in die Stufe 3 gehen. Und da auch. Und die obere, die Technikstufe bedeutet untere Klasse, Mittelklasse, obere Klasse. Und dann sind das Luxusdinger. Und dann sehen die Industrien fett aus, Leute. Also so mehr sage ich dazu nicht. Was ist jetzt schon wieder mit deiner Bildung? Bürgermeister, bisher ist der Unterrichtsteilnahme ganz gut. Ich will dennoch nicht, dass einzelne Kinder schwänzen. Können Sie bitte einmal genauer drauf schauen, dass du auch wirklich alle den Unterricht besuchen, mache ich. Was möchtest du denn ganz genau? Sorge, ein Tag 60 Sim zur öffentlichen Schule gelangen. Boah, das kriegst du doch noch hin. Das macht das System hier alleine. Bildung. Jetzt gucken wir nochmal wegen Bildung. Und man sieht, es ist immer noch sehr, sehr hoch. Gut, wir haben eine Schule für 950. Wir können bald eine zweite bauen. Aber man sollte es nicht übertreiben. Genau. Weil man muss das auch bezahlen können. Und immer wieder mal aufs Klärwerk achten. Genau. Das darf man nie vergessen. Nicht, dass du dann auf einmal... Bei Andi könnt ihr euch merken, wenn er sagt, aufs Klärwerk achten hat er gerade Scheiße gehabt. So, da baut sich auch was auf Mittelstand aus. So langsam wie das, Leute. Was sagte meine Schwester letztens? Die Schildkröte guckt schon raus. Ach so. Sie streckt schon ihren Kopf raus, so. So, wir sagen auf jeden Fall wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. So langsam kommt ihr auch dahinter, wie SimCity läuft. Wir werden in der nächsten Folge mal wieder bei Andi vorbeischauen. Ich sage, ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.